Moin zusammen, heute geht es um die Reinigung der Brillux Pros bei E39 SELECT und wir zeigen euch, worauf ihr alles achten müsst. Im ersten Schritt wollen wir den Ansaugstutzen reinigen. Dafür müssen wir die Maschine aus dem Material herausnehmen und die Folie am Rührholz aufschneiden. Anschließend stellen wir den Ansaugstutzen wieder in einen Eimer mit saurem Wasser, um Verschmutzung zu lösen. Bevor wir jetzt das restliche Material aus dem Schlauch rauslassen, können wir vorne an der Pistole nochmal die Düsenhaltung und die Düse abschrauben und die schon mal von Hand reinigen. Jetzt müssen wir die Maschine anstellen, den Druck leicht hochdrehen und darauf achten, dass das Druckentlastungsventil auf Umlauf gestellt ist, um die Maschine zu spülen. Wenn das soweit passiert ist, können wir die Maschine auf Spritzen stellen, denn es befindet sich natürlich noch ein bisschen Spachtelmaterial im Schlauch und das lassen wir dann halt zurück in den Eimer laufen, bis halt Wasser kommt und das Reinigungswasser lassen wir wieder in Leergebinde laufen. Wir spülen die Maschine so lange, bis wirklich vorne nur noch klares Wasser rauskommt. Das heißt, wir müssen immer wieder neuen Eimer unter die Maschine stellen, dann den Umlauf spülen, umstellen auf Spritzen und dann wieder Wasser rauslaufen lassen. Ganz hilfreich ist jetzt hier noch, wenn wir Spachtelmasse verarbeitet haben, dass wir den Druck immer wieder aufbauen lassen, dann abziehen, damit im Schwung wirklich noch die restliche Spachtelmasse, die im Schlauch noch richtig rausgespült wird. So, den Umlauf und den Schlauch haben wir jetzt einmal durchgespült. Jetzt müssen wir die Maschine noch einmal ausschalten und schauen uns anschließend das Hochdruckfiltergehäuse an. Dafür den Blindstopfen, der da drauf sitzt, einfach abschrauben und wenn wir da drin jetzt noch Materialrückstände hätten, könnten wir diese einfach mit einem Pinsel sauber machen. Danach den Blindstopfen einfach wieder handfest anziehen. Anschließend schauen wir uns das Einlassventil an. Dafür legen wir die PS39 einmal auf die Seite und schrauben das Einlassventil einmal los. So, für die Reinigung ist Lukas zuständig, deswegen sage ich hier viel Spaß. Als erstes nehmen wir natürlich wieder einen Eimer Wasser dazu und dann können wir die einzelnen Bestandteile auseinandernehmen von dem Ventil, reinigen und wieder zusammenbauen. Jetzt bauen wir einmal alles wieder zusammen. Als erstes können wir unten das Gitter einsetzen, das dann wieder mit der Spange befestigen und dann kommen wieder die Ventilteile. Also einmal der Ventilsitz, darauf dann die Kugel und die Kugelführung und dann schrauben wir das Ganze wieder ein. So, den Düsenhalter und die Düse hatten wir eingangs schon mal sauber gemacht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal zusammenbauen. Hier auf jeden Fall darauf achten, dass ihr hier noch die Doppeldichtung mit dabei habt. Und wenn ihr diese dann einmal in den Düsenhalter einsetzt, könnt ihr die einfach vorne auf die Düse stecken und dann vorsichtig einsetzen, Düse reinstecken und dann vorne auf die Pistole schrauben. Anschließend müssen wir die noch einmal mit klarem Wasser durchspülen, damit wir auch die letzten Verschmutzungen aus der Düse rausbekommen. Wenn ihr die Maschine jetzt nochmal mit klarem Wasser durchspült, gebt am besten noch einmal ein bisschen Konservierungsmittel mit ins Wasser. Besonders dann, wenn die Maschine jetzt länger nicht genutzt wird, dann habt ihr einfach länger was von der Maschine. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende der Reinigung der Bredox Pro Spray 39 Select. Wenn ihr sonst noch etwas zur Maschine wissen wollt, schaut euch gerne das Video Tipps, Tricks und Kniffe an. Da haben wir nochmal ein paar Punkte erklärt. Wir wären an der Stelle soweit fertig und sagen Tschau. Wo steht er denn? Wo steht er denn? Du musst doch herkommen, Junge. Achso. Hä? Junge, Alter. Hey, Lukas. Schön, dass du da bist. Wir wissen ja, Lukas ist für die Reinigung zuständig. Deswegen habe ich ihm jetzt das Einlassventil gegeben. Lukas, viel Spaß. Danke. Wir müssen das auch zu dir machen. Was ist denn so schwer? Hi, Lukas. Gitteschön. Du wolltest ja sein, dass ich für die Reinigung zuständig bin. Ah, Lukas. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Reinigung. Hey, Lukas. Schön, dass du da bist. Hier ist das Einlass für dich. Weil wir wissen ja, Lukas ist dafür zuständig, die Sachen sauber zu machen. Komm, gebt euch mal das sauber jetzt hier. Also, wir haben das Ventil, das muss schon gereinigt werden. Das ist auch dreckig, deswegen machen wir es sauber. Fertig. Ja, pass, willst du denn? Ja. 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 Ja.